Anfang März machen wir ein Camp für euch auf Hardcourt. Das Ganze haben wir mit einem Special Guest organisiert. Und zwar werdet ihr trainiert mit einer Ex-Profispielerin. Und wer das ist, erfahrt ihr jetzt. Und zwar, Antonia ist mit am Start und wir werden euch zwei Tage begleiten. Samstag und Sonntag werden euch Tipps geben vom Profi, was Technik angeht, was Taktik angeht. Wir werden Videoanalysen machen und euch bereit machen für die kommende Sommersaison.